ja ich sag vorher noch mit dem parabol spiegel ist es viel leichter so so cool war das jetzt nicht muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen moment mal oben der tür das ist ja eine miese verarsche grad klar hier ist nicht genau da war keine dusche bloß sich das einlassen moment ich einfach ich lese gleich wie gesagt wenn ich drinnen bin ist das nicht ganz so toll ich habe noch eben schon ja 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 ok oh hier auch ja wie cool und cool ach hier im direkterzimmer in der tat moment ein zahlbilling vielleicht eigentlich mal darunter ok den raum direkterzimmer cool genau da gehöre ich hin sehr gut welche tür könnte das gewesen sein die ich über parabol gehört habe obwohl ja ja es kann natürlich auch sein dass die tür gewesen ist also entweder die oder die dass er die zwar angetatscht hat aber einfach sozusagen sie war auf und hat sie noch mal auf war gemacht und jetzt habe ich auch ne ja obwohl jetzt muss ich mir was überlegen wie ich hier weg flüchte für den fall des ganz besonders wenn sich tatsächlich einer hier befinden sollte die und andere da hinten dann wird das echt schwierig und am einen laufe weg in den anderen nicht rein da muss ich mir das überlegen so ich bin gleich draußen dann lese ich mal was du geschrieben hast ja im moment noch warten also im track ist am besten so ok jetzt erstmal lesen was da geschrieben hast ja in der kantine würde ich eh nichts mehr essen wollen ja das problem ist ja halt die geister die bewegen sich ja auch sie haben zwar einen raum sie bewegen sich aber auch und können auch etwas anderes antatschen also ist jetzt nicht so dass man sagen kann okay das ist ein zwilling also ist es ja genauso wie 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 eben gerade in ja genau sunny meadows ist es ja nicht nur dass er jetzt in diesem raum ist sondern er hat ja auch woanders was angetatscht du hast ja auch geräusche von woanders gehört also es ist ja nicht so dass die dann nichts weiter machen das sollte man sich immer im hinterkopf behalten dass dich automatisch dann gleich so dass es ein zwilling wäre das will ich muss ich sagen ist auch gar nicht so einfach besonders weil man ja erstmal ein raum hat ja ich hab ihn und den zweiten raum gesucht mehr gar nicht mehr sondern nur anhand der beweise ach so und falls ich dafür interessiert wie meine einstellungen sind meine benutzer definierten kann ich dir gerne auf dem discord zeigen im discord in den foren die ich dort eingerichtet habe müssen meine einstellung sein lässt sich sehr gut spielen die man hier überhaupt fingertatschen drauf fingertatschen ist das schön ist das schön ein obake wir haben ein obake das wird eng und ich habe noch eine lange jahrzeiten der kann mich bis unten hin oh scheiße der verfügt nicht immer noch der ist immer noch hinter mir ahhh nein so nimm dies wow wow der ist immer noch unterwegs wow ich glaube der hat mich verloren weil ich die Tür zugemacht habe da war er knapp hinter mir wow ich habe mal Opake hake wer ist der beste J J wer ist der beste J J walk jaha so nimm dies, du geilst du Ein Obake, denn ich lese den Obake auch mal vor. Obake. Obake sind furchterregende Geistwandler, die viele Formen annehmen können. Man sah sie humanoide Formen annehmen, um ihre Beute anzulocken. Stärken. Bei der Interaktion mit der Umgebung hinterlässt ein Obake seltener eine Spur. Schwächen. Manchmal verwandelt sich dieser Geist und hinterlässt einzigartige Spuren. Sechs Fingertatschen. Das ist der Einzige, der das macht. Yes! Oh, schon zwei Aufgaben erledigt. Werden Geist während einer Jagd mehr jetzt Räucherwerk ab? Na gut, okay. Das kriege ich hin. Dann brauchen wir das nicht mehr. Das auch nicht. Ja, nehme ich drei mit. Drei, drei ist gut. Denn die langen Jagdzeiten führen ja dazu, wissen wir ja von letztens, Raiju. Ich habe alle drei verbraucht, damit er mich nicht kriegt. Ah! Achso, Quatsch. Huh! Moment mal. Habe ich da oben eigentlich... Weiß ich gar nicht. Muss ich gucken. Nö. Nö. Moment mal. Ich glaube, ich habe ja eben... ...durch den... ...Bereich... Das ist da, wo ich gerade lang gelaufen bin. Hier ein Behinderter. Voll gestört. Ne, das ist unten eine Dusche, glaube ich. Ja, das ist A. Äh... Da. Aha, guck mal. Einen Orb haben wir auch noch. Ja, genau. Ne, kann es nicht sein. Kann ja jetzt auch kein Mimic mehr sein. Nicht nur, weil er jetzt weg ist, sondern es kann kein Mimic sein. Denn Sechsfinger-Touch macht der Mimic nicht. Genau. So. Naja. Ultraviolett hatten wir ja auch. Also von daher, das können wir ja noch machen. Und warte mal, was hätte der Obakel denn eigentlich noch... Huch, sowieso nicht. Ah, EMF-Wers. Soll ich eins mitnehmen, damit wir das auch sehen? Ne, ach was, komm. Quatsch. Blödsinn. Mach ich jetzt nicht. Nö. Nö, nö, nö. Aber ich könnte doch eine Tasche mitnehmen. Nein, kann ich nicht. Ich habe ja drei... Ne, ich nehme lieber das... Ne, alles klar. Dann nehme ich doch lieber Räucherwerken. Ja, eingetragen. Safe. Alles gut. Hoffentlich doch, oder? Ja, klar. Obake. Alles safe. Alles gut. Und ja, nochmal vielen lieben Dank, Obelix. Na ja, ob ich jetzt der Beste bin, weiß ich jetzt nicht. Also, ich selbst würde das von mir wahrscheinlich nicht behaupten. Aber wenn ihr das sagt, okay. Sehr gut. Freue ich mich. Freue ich mich doch wahnsinnig. Aber Moment, noch mal schnell einen Schluck Kaffee, bevor es hier hektisch wird. Ja, doch. Sollte ich tun. Okay. Und jetzt soll ich mich jagen lassen? Ernsthaft? Naja, zum Glück brauche ich kein Foto. Das ist ja schon mal... ...sehr anregend. Sollte ich hier vielleicht stehen bleiben? Ich meine, bewegt er sich ja da vorne. Beziehungsweise ist er ja da. Ah! Riese! Krisensitzung! Komm, 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 komm. Jagt mich doch! Geist, so jagt mich doch! Fuck, wie heißt der? Moment. Du Blick. Nancy Malz. Nancy Malz! Jagt mich! Huh, was für dein Geld! Wofür bezahle ich dich? Nancy Malz, bist du da? Nancy Malz, bist du da? Nancy Malz? Kannst du mich hören? Ich glaube, ich muss doch ein bisschen näher ran. Oh, das ist nicht gut. Ich kann hier spawnen. Und wenn ihr das tut, dann ist das nicht gut. Huh! Huh! Nein! Ich freue mich ja schon! Ich freue mich ja noch schon! Ah! Lass das! Hau ab! Wow! Ich bin dann mal weg. Nö! Ist immer noch unterwegs. Fuck, 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 fuck! Hau ab! Nicht, 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 nicht! Ah, sehe ich nichts! Minu! Ah, vielleicht kann ich auch schon raus! Ja, 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 yes! So muss das laufen! So, Leute! Das macht mich echt fertig! So, alles erledigt! Ha, 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 ha! So, dann räuchere ich hier auch noch den letzten weg! Hihi, ne, den vorletzten! So! Nimm dies! Ast rein! Ich hab's hingekriegt! Ey, ich hab's geherrschaft! Dann würde ich sagen, Abfahrt! Und? Hm, schwierig, kann man so nicht sagen. Nee, das vorher rumgezappelt. Nee, 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 nee. Yes, alles erledigt! Da auch! So! Wow! Das war hart! Aber, es hat funktioniert! Yay! Oh, warte! Tschö! Ach, ist doch schön, wenn mal was funktioniert! Also, wie gesagt, Spaßfaktor hier. Kann ich euch auch gerne zeigen, beziehungsweise auf meinen Discord. Kommt drauf, guckt in den Foren nach. Und, dementsprechend, ähm, achso, ja, 2000, ja, bei 150 hier auch noch und weil die Map relativ groß ist. Äh, ist das auch eine mittlere, ich glaube, das war auch eine mittlere, ja, dementsprechend gibt's natürlich auch ein bisschen mehr Geld. Jo, das ist doch auf jeden Fall schon mal schön und das war jetzt für ein paar Minuten, 2186 und vorher bei der Herausforderung, achso erstmal auf weiter, bei der Herausforderung war ich ja ewig lange unterwegs und nix so 5000. Also, deswegen, ich mach das ungern, das dauert einfach zu lange, totaler Kokoloris. So, ich blende es zwar trotzdem nochmal ein, aber gewünscht war ja letztendlich die 7 von eben gerade noch. Und, wenn du jetzt nicht überstimmst wirst von jemand anderem, der neuer ist, dann würde ich sagen, bleibst bei der 7. Ganz einfach. Ach, umeliex, bin ich immer ganz verlegen, wenn du das sagst. Aber cool, schön. Also, schön verlegen. Okay, 3, 2, 1, meins. Gut, dann ist es jetzt die 7 und bereit und ab dafür. Aber aufgrund des schönen Nachtlichts, äh, Nachtsichtgerät, werde ich mir mal ein bisschen Wegbeleuchtung machen. Da habe ich natürlich keine 3 Taschenlampen mit, ach, unnüßig. Naja, nicht so schlimm. So. Ja, das ist doch, denke ich. Ja, 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 ja. Ein bisschen Wegbeleuchtung hat einen Riesenvorteil. Selbst wenn das Nachtsicht hier am Flackern ist, dürfte ich ein bisschen was sehen. Theoretisch. Ah ja, messen. Ne, Moment, halt. So, jetzt aber. Ja, 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 so gut funktioniert die Wegbeleuchtung, dass ich ganz vergesse, dass Nachtsichtgerät anzumachen. Schwierige Worte. Schwierige Worte. Ja. Warte, die Lernbüchse. Wird nicht so aus, aber egal. Ich hab dich erwischt, alter. Ich hab dich. Erwischt. Zack. Geist, bist du hier? Ja. Dann dürfte es auch kein Zwilling sein. Aha. Und der F, Buch, Cam. Ja, erstmal nur die Cam. Genau. Superklasse. Ich find das toll, wenn ein Plan funktioniert. Okay. Was ist mit dir? Und so. Raus. Raus. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Dutz. Und die Stativkamera, dann sind wir doch eigentlich schon wieder einsatzbereit. Jihau. So. Und das. Nehme ich noch ein Kreuz mit? Ja, vielleicht gar nicht schlecht. Obwohl, nee. Wenn ich ihn dann wieder damit vertreibe, ist ja auch Mist. Keine Lust, die Geister ewig neu zu suchen. Nö, nö, nö. Das geht auch anders. Ja, doch, hier ist gut. Und. Äh, mhm. Ach ja, ich hab ja keine drei Sachen mitgenommen. Nö, 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 nö. Alles gut, alles gut. Geist, bist du hier? Geist, wo bist du? Hm. Na ja. Also, Monitor-Starring. Komm schon. So. Vielleicht haben wir ja einen Dutz. Oder Finger-Touchen. Oder Buch. Oder EMF. Auf jeden Fall haben wir kein... Boah. Zumindest sieht es so aus. Ja, das gute alte Monitor-Starring. Der neue Trend aus den USA. Ey. Ja, und üblicherweise dauert es natürlich wieder Ewigkeiten, bis er sich dazu entschließt, mal zu docken. Ah. Haben wir einfach wieder einen Gorio? Ja, wie beim letzten Mal. Voll drauf reingefallen. Oh ja, dort wird wohl nicht kommen. Ja, dann ist das halt, äh, ja, der. Dann fahren wir doch jetzt mal los. Gorio, Mist. Voll daneben. Na ja, passiert's. Was soll's? Kann ja nicht immer perfekt klappen. Und ich hatte eben Gefühl, dass es ein Gorio ist. Das ist doch viel schlimmer. Das ist wirklich noch viel schlimmer. Viel schlimmer. Na los, komm schon. Oh, du willst es doch auch. Komm. Komm. Mach was. Äh. Quatsch. Ne. Wohl. Jetzt hat er das Zettel auch verlassen. Nein, der Stift liegt noch. Reingeschrieben hat er nicht. EMF passiert nix. Ja, Box UV. Muss ich doch wieder rein. Box UV. Nehme ich nochmal eins mit? Ja, besser. Temperatur. Ah, hier, komm. Salz, ja. Gute Idee. Gute Idee. So ein Scheiß. Moment, bist du noch hier? Na? Nein. Nein. Zu allem Elend ist er hier nicht mehr, oder wie? Boah. Oh. Oh. Okay. Verdammt. So ein Ärger. So ein Glück habe ich noch nicht gestreut. Da, wo es nicht glatt ist, kann er laufen. Ja. Vielleicht noch der. Dort her. Irgendwo ist er doch gerade durchgelaufen. Boah. Scheiße. Fuck, 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 fuck. Nein, 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 nein. Tu das nicht. Boah. Fuck. Boah. Lass das doch. Ich sehe doch deine Fußabdrücke sonst nicht. Super. Und weder hast du keine. Oh, das hat zu lange gedauert. Ich schätze, zu lange. Ja. Das hat zu lange gedauert. Oh, das ist cool. Das ist cool. Achso. Okay. Er möchte reden. Das ist schön. Gespenst ist es nicht. Ja, ein Phantom wäre jetzt ja möglich. Na, mal gucken. Und dann das... Ja, doch besser. Besser ist das. Große Plätze erfordern große Dots. Boah. Ah. Oh. Okay. Wir haben Dot. Alles klar. Gut. Hab verstanden. Ich bin draußen. Tschüss. Boah. Dot. Ah, Phantom ist noch drin. Hm. Yo-Kai Degen. Ah. Was haben wir denn an Aufgaben? Stelle die Anwesenheit eines Geistes anhand eines Bewegungssensors fest. Erreiche eine durchschnittliche... Nochmal. Erreiche eine durchschnittliche Sanity von unter 25%. Zeichne ein paranormales Geräusch mit dem Parabol-Mikrofon auf. Okay. Wenn das so ist, machen wir doch. Okay. Das habe ich aber... 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 Ja. Noch keine Cam hier. Moment. Jetzt... Durchgelaufen. Beide durchgelaufen. Alle durchgelaufen. Kein Ultraviolett wird er wahrscheinlich sowieso nicht haben. Können, tun, wie auch immer. Beide durchgelaufen. statue